Du löschst das doch eh wieder. Spaten. Jo, was geht meine lieben Soccer-Juckies? Hallo, bis wieder hier und herzlich willkommen zu einer Folge F1 Waystars mit den lieben Passiv-Kaffee und den Con Julio. Hallo. Leitung des Todes bei Kaffee. Oh ne, ich bin so ne lila ne. Offroad. Das schafft. Mit Start. Ihr habt ihr das jetzt hingekriegt? Am Ende. Ich hab einfach nur den richtigen Zeitpunkt Gas gegeben. Genau. So wie du es aus den anderen Rennstühlen kennst. Oh Gott. Die Strecke ist so schön eng. Ja, super. Skill des Todes ist es hier verlangt. Ah, ich hab den Bonus Offroad. Heißt, ich bin dann auf den Ding ins schneller. Auf den... Ähm, nicht schneller, aber ich hoffe, du riecht da nicht hin zu lang. So hab ich das ja schon. Ich hab das aber selber auch nicht ausprobiert. Also könnte ich abwürfen? Ähm, so wie ich verstanden habe, ja. Aber das würde ich nicht immer in deiner Fälle, weil es ist ja unkirrt. Aber was wohl für das mein Bonus? Hehehe. Die F1 2... Ah, Bubble erwischt. Die F1 2.0... Die F1 2.015. Die F1 2.015. Er nutzt jeden Trick. Ja, was für jeden Trick? Hm? Bei F1 2.015 fahr ich normal. Hm? Dann... Er fahr... Er fahrt einfach mal komplett über die Wiese. Keine Strafe. Einer von... Kommt leicht von der Kante aus auf die Wiese. Direkt 3 Sekunden strafft. Siehe, Video. Also, es stimmt schon so halb. Äh, es stimmt nicht. Es stimmt schon so. Hahaha. Ne, also es stimmt so halb. Du reitest immer tiefer rein, ja? Hacker sind halt nicht so gut in Ausreden, Kappa. Hahaha. 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 Weißt du? Äh... Ein letzter. Finde ich gut bei Hacker auch. Ja, ich werd alles von diesem Typen da weggetacklet. Ist irgendwie keine gute Map zum abkürzen, irgendwie. Hahaha. Sag ich ja, Map mit Skill. Wo bist du denn? Franky. Achso. Guck mal, Karte. Da weißt du es. Ne, hab ich keinen Taschuh. Hahaha. Ich kann euch von da hinten außerdem nicht mehr hören. Waren, waren. Was machst du jetzt hier? Schau mal. Epik, Baby. Hahaha. Monster gibt mir Kraft, Alter. Ich munstere dir gleich einen, ne? Hahaha. Timo, ne, nicht. Naja, Pflege. War der Erste Spiel da sicher cool. Natürlich. Du machst gleich ein Port... Ne, n Port, ne? Man ist da ganz hinten. Hahaha. Und und das ist der nächste Spiel gestartet. Haha. Naja, ne, Pflege. der der die mich trotzdem noch aber ich bin vor mir gekommen nein ähm wie bist du ich bin neunter Alter aber vor mir hat sie einer gebootet so ein Dreckschwein wie kann eigentlich die Barbies auf dem Zug bleiben wenn er fährt das sind magnetische Barbies sehr knapp an mir vorbei alter ich war ja noch viel lustig weil sie hier rumgeholt haben ich bin schon ich bin dritter jetzt zweiter der ist gegen Auto gefahren ich bin hinter dir das hast du so den Penner da auf Platz 1 den habe ich jetzt eine gegeben he oh ich bin dritter Franky die vor gerade so abgewährt zwar musste ich dafür gegen die Wand fahren aber passt schon war das dieses gelbe? ne rot das gelbe wäre von mir ne oh die Statuen haben hier bitte ich ich merke das jetzt schon das Game recht sich gleich an mir weil ich erster bin wieder gefühlt das halbe Rennen mal wer hinter dir ist will gar nicht gucken noch ach du willst tz tz ach du willst tz 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 einmal durchschnüssen balance ich krieg kein geschenk da ich glaube er so eine rakete oder teleportes schmale das predige ich seit dem ich angefangen habe das spiel zu spielen vor zwei tagen ich hatte das das du bist du liebten spaßbremse ja egal ich bin erster relativ in jedenfalls nicht ein bückst aber guck mal wir sind jetzt in der dritten fast vierten runde und du wolltest ernsthaft neun runden einstellen klar wir haben wir haben stunden faden wollte ich auch anmassen ja kann wir auch gar nicht mehr da vorne ist so wer wer hätten vor aber guck mal wie schnell ihr mich hier schon wieder einholen da ja 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 ich bin wieder so immer so vor allem da kommt das nächste eu und glück gehabt weil krieg nur band longs alter und wieder bubble alter und da ist so ein scheiß kaffee wir haben der erste ne drecks hacker ich mag die mit Ah, nein! Eine Wolke! Und noch eine Bubble! Was ist das denn? Die Bubble hast du von mir bekommen! Als Geschenk, du Drecksack! Was will denn da rein können die jetzt auch noch hier? Frech, Alter! Ich sag es noch so! Wär ich mal in der Gruppe als getarnter Wolf gelaufen, ey! Mit der Herde, nicht davor! Ja, ja, wie gesagt, musst du nie vergessen! Kann keiner weggehen? Und wie ist eine rote, Alter! Und genau dann, wo die Mia wich hat, krieg ich die blaue Bubble, leider! Boah, was ist das denn? Oh, fuck it! Anubis, komm auf zum Hacken! Ja, meine Hexe haben die besten Skill, leider! Zeige ich dir! Ja, warte mal ab, ich mach mal meine Hexe auf 1%. Hat die Karte auf 0,5. Hast du einen Lack, Alter! Dass die eine Sekunde zu spät waren! Hier, schluck die, einer! Hahahaha! Er versucht, da zwei Geschenke zu stehlen! Weißt du, damit ich... Hahahaha! Das Duell! Glück, Alter! Nein, nix, ihr Bubble! Und die schmecken! Salzig, Alter, salzig! Das glaube ich! Oh, du bist Dritter! Dritter! Drecksbeamer, Alter! Du bist Zweiter! Sag ich doch, Alter! Du bist gefühlt das ganze Rennen übererst, weißt du? Und dann einer setzt auf einmal was ein, du kriegst hunderte Bubbles ab! Oh nein! Wieder eine rote, Alter! Was geht? Da kommt zwei, Alter! Das ist doch ein Joke! Ja, sag ich doch, Alter! Wie botzt das denn die eigentlichen Hacker hier? Guck mal, wie weit der vorne ist! Ich schreibe niemals die Bots ab, Alter! Großer Ver-Ela! Hey, oder? Ich habe es seit gefühlt einen Jahr auch... Oh, ne, die Gelbe habe ich mich, Alter! Ich glaub's einfach nicht! Jawoll! Das war beide! Komm, ich werd noch Erster! Ey, jetzt ist so ne Rakete und der Teleport wäre nice! Nein, ich krieg natürlich Pilz! Komm! Komm! Da kommt die nächste rote, Alter! Und sie erwischt mich natürlich! Danke dafür, Alblali! Ach nee! Abschiedsges... Geschenk, du Drecksack! Danke, ich werd' aber davor noch ein Ziel schaffen! Was? Dritter! Ich bin noch dabei! Eherster! Ja! Ich bin noch Zweiter geworden, wie? Hey! Natürlich, Alter! Ich kam gefühlt einen Monat später an, ne! Ich kam gefühlt einen Monat später an, ne! Du kamst gefühlt neun Monate später an, bis sie geboren wurden, oder was? Na ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr hattet noch einen Spaß. Ja, jetzt macht das Ding aus, ne? Jawoll. Ja, guck mal, die Aufnahme geht schon seit 13 Minuten, Alter. Das ist auch die 15. Aufnahme. Wir werden nur kommentieren, nicht vergessen. Dann checkt die Kanäle der Jungs aus. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Du homo, der hat ein Geschenk für jemanden.